Unsere Expertise in einem Wort. Abgefahren. Mit den Kfz-Versicherungen der R&V-Versicherungsgruppe haben wir zwei starke Marken unter einem Dach. Das Angebot von R&V und Krabag bietet leistungsstarke Lösungen für jede Firmen- und Flottengröße, vom Einzeltarif bis zu Stückprämien. Jedes Unternehmen stellt andere Anforderungen an seine Mobilität. Darum bieten unsere Versicherungslösungen das optimale Leistungspaket für alle, egal ob ein kleines, ein mittelständisches oder ein großes Unternehmen mobil gehalten werden soll. Sie haben die Wahl zwischen der R&V-Kfz-Branchenpolize, der R&V-Flottenpolize oder der auf Ihren Fuhrpark zugeschnittenen individuellen Versicherungslösung, je nach Größe Ihres Fuhrparks. Die Installationsfirma Mustermann & Sohn hat neun Kraftfahrzeuge. Einen Pkw nutzt der Firmeninhaber, die anderen Fahrzeuge werden im Betrieb genutzt. Ein Vorteil der Branchenpolize? Alle Fahrer können mit allen Fahrzeugen fahren, ohne dass Fahrerdaten oder weitere Merkmale erfasst werden müssen. Nur bei Pkw wird die Jahresfahrleistung in Ergänzung benötigt. Ein weiteres Highlight sind die besonderen Einstufungsmöglichkeiten zum Schadenfreiheitsrabatt. Der Pkw des Firmeninhabers kann zum Beispiel sofort in der Schadenfreiheitsklasse 16 eingestuft werden und ein weiterer Pkw in der Schadenfreiheitsklasse 5. Für weitere Fahrzeuge bieten wir weitere gute Einstufungsmöglichkeiten an. Oder die Firma nimmt verfügbare Schadenfreiheitsrabatte, wenn diese besser sind. Aufgrund guter Auftragslager entscheidet sich Herr Mustermann, seinen Betrieb zu erweitern. Dafür schafft er drei neue Fahrzeuge an. Mit der neuen Fuhrparkgröße von zwölf Fahrzeugen wechselt Herr Mustermann jetzt in die Flottenpolize. Hier entfällt nun die Erfassung der Jahresfahrleistung bei den Pkw. Alle Fahrzeuge werden in einen einheitlichen Beitragssatz eingestuft, auch in der Teilkasko. Nun haben wir eine echte Flotte, das heißt die eigenen Schadenaufwendungen haben Einfluss auf die eigene Prämie. Je nach Höhe der Schäden variiert der Beitrag. Bei wenigen oder gar keinen Schäden sinkt der Beitrag im Folgejahr. Bei vielen Schäden kann ab einer bestimmten Höhe der Beitrag im Folgejahr steigen. Bei mehr als 30 Fahrzeugen bieten wir auch individuelle Lösungen mit umfangreicher Vertriebsunterstützung und bester Betreuung an. Dabei stehen Sicherheit, Service im Schadenfall, Qualität und Flexibilität im Vordergrund. Für schnelle und unkomplizierte Leistungen aus einer Hand. Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung in Firmenkundengeschäft und Transportgewerbe und sichern Sie sich attraktive Wettbewerbs- und Servicevorteile mit den Kfz-Versicherungen der R&V Versicherungsgruppe.